Hey habt ihr auch gerade die meldung kriegt dass der champion eliminiert wurde ja ok ich bin mir gerade elite ja ja oh gott also ich würde sagen wir landen da safe alter da kommen noch ein paar mit echt jetzt das ist schon scheiße für die leute ganz ehrlich p 2020 gegen peacekeeper war ja man nicht ein doppel peacekeeper ja naja es läuft alle radiert richtig radiert aber es geht denn da bei mir lifeline ist von ich habe sie gerade schon mal angeschossen ich höre den anderen hier ist jemand die ja hier bei mir direkt bei mir hier oben ich habe sie nicht genommen ich habe mir gerade hier von dem hier eine starbis oh nein habe ich das gerade angepinkt ich würde sagen schädelstatt alle die hat mir voll mit der mit der scheiße heute verkehrt ins gesicht geschossen die liebte wieg am ring naja lol wenn ich jetzt noch eine schwere waffe finde wäre geil alter wo sind die wo sind die auch komm die zu low man was soll denn das immer die kommt da außen rum ja 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 alle die hat hundert weg mir hier weg Achtung, hier kommt noch jemand von mir. Ja, Alter. Ich war's down, yo. Nice. Das verstehe ich manchmal echt nicht, wenn ich wie Skipper. Ah, okay. Manchmal geht's die dreckigabend, manchmal machst du gar nichts mit der... Ja, das stimmt allerdings. Hm, geht das schon ins Haus und fühl mich. Ein Lifeline-Paket runter, Leute. Hm, ich spiel die Runde nur mit Peacekeeper. Ach, ja, boin, Alter. Ach, ja, boin, Alter. Jo. Ein Turbola dann nämlich noch. Wo war der? Irgendwo. Raus mit dem Care-Paket. Rechts raus und dann rechts. Ich spiel die Runde so weiter. Wenn jemand schwere Munition braucht. Ich hab grad rausgeschmissen. Ich brauch leichte. Wie viel brauchst du? Oh, warte, ich hab hier ein paar Kästen gefunden. Jo. War ich mit beschossen? Ah, von oben. Scheiße. Ne, ich hab keinen Präzisionsstock. Also der Hansel, der ist... Ähm... Hat sich erledigt mit der Muni. Hä, wo ist das denn? Hä, bin ich bescheuert? Ich hab aber immer da. Jo, der ist da oben. Oh, nö, Alter, du bist uncool. Tschüss, Jungs, da oben. Wir sehen jetzt eh nichts mehr. Haha. Zwei mal 10er Hit gemacht. Ui. Die kommen rüber. Zu mir oder wohin? Über dir. Das ist ein echtes, zwei deine, oder? Ja. Da ist runter, geh mit dir. Geh mit dir. Geh mit dir. Nein, doch nicht. Da oben. Schöne ich down vom Pathfinder. Down. Statt, den ihr mal einen kleinen Besuch da oben habt. Doch, oder auch nicht. Highland, zack. Oh, fixer. Nicht grüßen. Was ist das? Jesus Maria. Okay, 0. Max, das fühlts ein bisschen los, oder? Ja. Was ist das? Das sah ein bisschen lustiger aus, wie du dann versuchst auf 3 hoch aufzukommen. Hey, lass mich. Ja, Mann. Du hast geil gesehen. Du hast geil gesehen. Nein, ich schaff's aber auch nicht. Süßer. Ich schaff's. Hi. Hi. Oh, Alter, warum juckt jetzt auf einmal mein Stirn so? Kennt ihr so das Gefühl, dass dann auf einmal irgendwie wie so'n... wie so'n... Alter, Krampf irgendwie in der Haut kommt, das juckt so? Ja, Mann. Sagt mir wirklich was. Ich geh in die Zone, Leute. Viel Spaß beim Sterben. Das ist mir wurscht. Ja. Wir müssen verdichtet sein. Schon, oder? Ja. No way. Ich muss raus. Was gibt's denn da noch? Warte mal. Ich muss raus. Warte mal. No way. Grüß uns mal einen. Der Kai-Uwe. Grüß uns mal einen. Du brauchst nicht lachen. Du kriegst auch einen. Da ist ein bisschen Money drin, ne? Ey, kommt das dir auch manchmal so vor, dass die, ähm... dass die R99... manchmal mit allen Aufsätzen so lila voll scheiße ist und dann ohne viel besser? Ja, irgendwie schon. Und hier kommt Carepack jetzt schon mal, wollen wir das mal holen, oder? Gönnen wir uns. Hä, wieso haben wir jetzt auf einmal alle drei blau, hatte nicht einer lila? Mm-mm. Wieso hab ich denn noch? Ja, das reicht auf jeden Fall. Ja, ich soll auf jeden Fall frei fahren. Das kriegt man alles hin. Äh... Grüß uns mal einen. Grüß uns mal einen. Ich muss raus. Oh, der Mastiff. Der Master. Wenn die keiner will, würde ich es dir nehmen. No way. Nimm, 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 nimm. Ah ne, ich dachte gerade schon, da schimmelt einer, aber da schimmelt keiner. Hey, du hast hier einen blauen Schaft vergessen. Hey, du hast hier einen blauen Schaft vergessen. Hey, du hast hier einen blauen Schaft vergessen. Ne, hab ich schon. Ach so. Oh, falsche Richtung, Lul. Ich hab hier, ich hab hier eine Leitzeit geschnitten. Gibt ihm böse. Ja, wahrscheinlich. No way. Weißt zwar nicht, was das heißt, aber es ist schön. Thomas schafft grad streamen. No way. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Yo, sind die bei euch oben? Na komm her. Ja, moin, alter. Was, alter? Ist das dein Ernst? Upsi, Entschuldigung. Alter. Ich hab mit der R301 komm ich irgendwie nicht so klar. Ich weiß nicht, warum ich mit den Waffen irgendwie nicht klarkomme. Das ist ganz komisch, irgendwie. Richtige Boy, alter. Also ich glaub, die R99 muss mal neu verdichtet werden. Oh. Oh, wenn ich das seh, dann machen wir das doch so. Ayo passt. Oh, schick, alter. Schön. Schon besser. Mit der mag ich's mehr. Definitiv. No way. Da hab ich doch den, äh, gedowned. Den Affen. Den... Oktan. Alter, ich hab immer noch keinen Präzisionsschock. Wenn da jemand einen sieht, das wär schon chillig und so. Mhm. Äh... Hey, da... Da geht's voll ab. Unter uns läuft da was. Oh, das sei dir. Seid mal rück. Ich bewege mich nicht. Da läuft niemand unter uns. Ja, du musst hin, oder? Komm. Ja. Boah, gibralter. Ich werfe auch noch gleich meine Ulti. Dann wird's lustig. Ja, Mann, der haut sie dir vor und du machst sie komplett kaputt. Der klopft sie dir wie so'n Schnitzel vor. Boah, die sind nicht mal weit weg. Ich bin doch bei dir erinnert. Ich bin doch der mit einener Ahnung. Ich bin doch der mit einer Flügel. Ich bin doch... Von der Flügel. Ich bin doch der mit einer Flügel, ich bin doch... Ich bin doch um die Flügel. Ich bin doch... Oh, danke, du hast mir in meinen Arsch gerätet, Alter. Aber hier drin ist noch mal jemand. Komm, wir gehen in die Ecke und pissen uns. Hey, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hey, 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 hey. Hier ist noch jemand. Die hat sich vollständig geheilt. Die hat goldenes Schild. Komm her, bitte. Ja, die hat goldenes. Die hat 68 Schaden gekriegt. Wo ist sie denn? Weiß ich nicht, die muss irgendwo hier sein. Oh, jo, Freund, hier. 110er. Jo. Protze. Und zum Sprung, Alter. Sehr nice, Tiggi, Alter. Ja, ich nehme mir das Schild, bevor ich meinen schlage. Hat irgendjemand an der Emmerküche? Äh, Energiemonie, nee, tut mir leid. Alter, war einfach kackt, Mensch, sind wir gerade so... Was meinst du, die jetzt gerade erschrocken ist, wo die den Messerschutz abgekackt hat? Ja, klar. Leute, da ist mein Care-Packett, komm, gleich hier. Hä, wie viel Schaden hast du denn noch gemacht? Also ich hab der, glaube ich, 160 oder so. Oh, oh. Wo ist er? Ach so, ich hab aus dem Rauch geschmissen, Entschuldigung. Was ist denn, da ist er abkaut? Egal, die müssen wegkaut. Was ist denn noch fünf Squads? Sollen wir hoch zum Respawn oder sind wir dann eher wie so in der Falle? Ja, hier, lieber hier, Max, hier ist High Ground. Ja, stimmt, auch gute Idee. Der High Ground muss verdichtet sein. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, komm, hör auf. Gott sei Dank haben wir hier noch einen Durchgang dann. Wenn der zu wär und wir müssen die Vibration erfolgen. Äh, wartet mal, unter uns sind wir hier, Lul. Was hast du da eigentlich? Was ist das? Ulti, Ulti, Ulti. Ja, wie lang die immer geht. Ich guck mal da runter, Entschuldigung, ich wollte nur einmal anpingen. Weil die können das doch gar nicht überleben, oder? Die sind noch hier, down. Wartet mal, noch ein Squad, wo sind die? Die sind auf anderen Stimmen, halt irgendwo. Ich nehme mir die Granaten schnell mit. Okay, ich warte auf euch, gell. Ich loot jetzt nicht mehr. Der Match soll ich mal probieren? Nein, lass gut sein, scheiß drauf, sie machen nicht so einen Scheiß jetzt. Das hat er gar von allem wieder gemacht. Der hat's einmal getestet. Ich warte jetzt mal, bis die Zone kommt. Oh fuck, ich schaff's nicht. Digga, jetzt pass auf, warte, nicht direkt ums Eck gehen. Ähm, wollen wir noch kurz warten, bis meine Ulti voll ist? Rechts oben, rechts oben. Da sind sie. Der hat doch gar nichts, Alter. Das ist doch ein Camper, oder? Nee, der hat sich auch schuld. Ja, sag ihr doch, Alter, das war ein... Lass den tollen, lass den tollen. Warum, hast du gerade gefragt, was ich für eine Waffe habe? Nee, weil du es so schnell hintereinander geschossen hast. Der steht die 7. Ach, okay, die klingt also auch so laut. Okay, chillig. Ja, die klingt wie die Longbow, gell? Ich hätte es eher auf Wingman gedacht. Und zwar. Ja, okay.